Gavakshasana ist die Stellung des Kuhauges, auch genannt Bullauge und auch im Sanskrit bezeichnet es ein rundes Fenster. Stelle dich gerade hin, hebe ein Bein hoch und bring den Fuß in die Hüftbeuge. Dann senke das Knie so weit hinunter, bis das Knie auf dem Fußgelenk ist. Gib die Hände vor dem Brustkorb zusammen und atme gleichmäßig ein und aus. Diese Stellung ist Gavakshasana, auch eine fortgeschrittene Variation von Vatayanasana.